Zwischen 1999 und 2002 waren wir die erfolgreichste Band der Welt. Wir haben davon geträumt, aber nicht erwartet, dass es so ein großes Ding würde. Und dann war plötzlich Schicksal. Was macht man als erwachsener Mann in einer Boyband? Ich hatte die Idee, nach London zu fahren und ein Album aufzunehmen. Ohne Familie oder Freundinnen. Nur wir. Diese Tournee ist eine Riesensache. Wir sind älter geworden, es ist viel passiert. Wir wurden ausgebeutet und es hat niemanden interessiert. Wir haben 20 Jahre lang unsere guten und schlechten Seiten erlebt. Ich habe keine Angst mehr von dir. 20 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Besonders für eine Idiotentruppe, die auf der Bühne rumhüpft, singt und tanzt. Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, Sir.